Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 32 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 910 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr 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 Vielen Dank.